Wer wird gleich der letzte Überlebende bleiben, Leute? Ich bin so fanzig, Bro. Du brauchst Fischreport. Da, da, da. Oh mein Gott, sehr gut. Leute, guckt euch mal die Panzer an. Es wird Zeit wieder für das krasse Format, was wir lange nicht mehr gemacht haben. Und zwar machen wir, wer länger Panzer überlebt. Das funktioniert ganz einfach. Ich werde jetzt die Regeln erklären, aber für den Sieger wird es nochmal 20 Euro obendrauf geben. Die Leute sind gerade hier dabei, ganz viele Heel-Items zu suchen. Die dürfen keine Waffen benutzen, die dürfen uns hier wirklich nicht attackieren. Das Einzige, was sie machen dürfen, Leute, sind Shockwands. Die dürfen Shockwands benutzen, um quasi uns aus der Zone rauszukicken, sodass die Zone uns dann Damage zufügt. Sodass der Sturm uns Damage zufügt. Leute, die Regeln sind ganz easy. Wir werden die jetzt einfach mit dem Panzer jagen. Je mehr Kids wir machen, desto easier wird es am Ende für uns. Leute, wir sind hier am Start mit Kianis, Situran und Mikro. Was geht ab, Leute? Seid ihr bereit? Die Jagd geht sofort los, sobald wir in den Panzer reingehen. Wir haben hier natürlich auch ganz viel Benzin mitgebracht. Waffen sind nicht erlaubt. Wir müssen selber natürlich auch darauf achten, dass wir ganz viel Heestuff gleich am Ende haben werden. Aber ich denke, wenn wir Kids machen sollten, dann werden wir Heestuff finden, Leute. Ich stecke hier bei Situran rein. Situran willst du der Fahrer sein? Okay, let's go. Wir dürfen jetzt fighten. Jeder, der hier jetzt gleich gesehen wird, müssen wir attackieren. Mikro, let's go. Was ist passiert? Dort links sind welche? Habt ihr auch Benzin bei euch dabei? Ja, lasst am besten zusammenbleiben. Hat es Hit? Kianis, willst du fahren? Weil ich habe Benzin, da kann ich aussteigen, während du dann fährst. Ja, alles klar. Okay, dann fahrt du. Hier vor uns. Oha, ein 70er. Hat Hit. Der erste ist down gegangen. Malik, mach's gut, Junge. Weg damit, Malik. Oha, 50er hinten. Stark. Oha, die haben gar keine Chance. Die hauen ab. Shopwind sind halt echt übertrieben OP. Und je kleiner die Zone wird, desto heftiger Damage können wir an alle machen. Ja, kann man machen. Wir hobitalen uns auf. Das ist am besten. Nein, lasst zusammenbleiben, Jungs. Wirklich. Vertraut mir. Okay, warte kurz. Weil sobald man auf einen schießt und die abhauen, dann können wir den Doppeldruck machen. Lass kurz nochmal auf die warten. Ich werde kurz tanken nochmal. Oh, dieses Licht ist halt manchmal so eklig. Soll ich da hin? Ich heile uns nochmal hier komplett auf. Lass, komm zu uns, die Touran. Sie sind recht. Oh, sorry. Alles gut? Gib schon mal Gas? Kann man übers Wasser? Ja, ja. Ja, gib Gas. Und wir gehen jetzt auf Jagd. Let's go. Die Panzerfreunde sind da. Nico, was ist bei dir da los? Bei mir ist nix los bei dir. Auch nix. Kean, du bist ein guter Fahrer oder was? Ich bin ein richtig schlechter Fahrer, Mann. Dann solltet ihr mal wechseln. Später. So, wo sind denn diese Leute hier? Da vorne, da vorne. Siehst du die, Su? Wo sind die? Dort vorne? Okay, ich seh die. Der geht hoch. Okay, der fliegt weg, Leute. Die Kanone. Das ist erlaubt. Kean ist das im Boot fahren, oder? Jo. Ganz schnell. Müssen noch Leute sein. Denk jetzt schön hier. Ja, wir sind jetzt weg. Aber wir sind wieder da. Boah, wie lange das dauert. Zone ist einfach gleich wieder am Start. So, endlich. Let's go. Und lasst schon mal Richtung Zone. Hier hin. Beyeilt euch, kommt unser Schraens her, ja? Jo, jo, jo. Ich check kurz. Wir sind dort rechts. Jo. Wir haben einfach den falschen. Wir hatten gerade einfach den falschen Panzer. Technik hat angehöhnt. Rein hier. Wir müssen in den Nahkampf rein. Wir kommen jetzt zu euch. Wir pushen. Da oben, da oben. Auf drei Uhr, auf drei Uhr. Drei Uhr. Wo genau? Wir müssen hier ran. Wir müssen safen hier ran. Wir gehen schön dazwischen. Okay, Nico. Ich geb die Calls. Du machst die Mauts, okay? Kommt ihr zwei zu uns, Jungs. Vertraut mir. Wir müssen zu viel drauf. Wir sind auf dem Weg zu euch. Soll ich Nitro einsetzen, Nico? Ich bin gegen da. Nico. Sehr schön gesehen. Oh, Tadu-Kid. Da unten. Stark. Red, Mad-Kid, aber Endgame. Da fliegen welche. Einen ist da unten. Gut gemacht. Da vorne sind die Nächsten. Wir kommen zu euch. Nico, links im Busch. Links. Da ist einfach Bruno Mars. Gimme ya, gimme ya. Da ist er. Da ist jemand. Babbabbabbabbabb. Wir kommen zu euch. Da oben. Nico, da oben. Da oben. Rennen um dein Leben, Junge. Nico. Nico, ne. Diese Knochen hier. Er hat auf Kanone geschossen. Die sind bei den Knochen dort. Da kommen wir nicht rein, oder? Rote vom 30er-Hits. Vor mir. Alter. Im Auto, im Auto. Okay, wir haben die Wartung. Lasst zu denen. Die kommen ja nicht zu uns. Dann gehen wir zu denen. Auch uns sehr viele. Auch uns sehr viele. Rote 50er-Hits. Guckt euch das an. Oh, sie wird gebrüllen, Liga. Oh mein Gott. Oha. Da vorne. Hattest. Schnell dahinter her, Leute. Da sind ganz viele. Oh mein Gott, wie viele Leute da sind. Genau, schneide Weg ab. Und schieß manchmal auch da rauf, okay? Jo, jo, jo. Gleich sind wir. 35, 35. Jetzt geht's ab. Und sind tot, jetzt. Legen alle so gut. Jetzt hab einen. Hier von deinem Blondi. Die ist entkommen. Scheiße. Es sind viel zu viele noch. Naruto. Wir schaffen das. Hier vor uns. Genau vor uns. Der Kollege links. Naruto schiebt weg. Naruto servon. Naruto, wait. Ab ihn. Hast ihn überfahren. Der arme Junge. Nein, hey. Er ist bei uns drin. Monkey Niki, weg mit dir. Da hinten rennen sie. Gib Gas. Hinter uns war noch einer. Lass ihn noch in die Zone. Lass ihn in die Zone. Oh, wir müssen gleich wieder tanken. Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Oh mein, vor mir bootit. Das Tanken ist ja richtig dumm. Hab ihn. Sehr schön. Lass rechts lang. Zu den anderen. Ja, nicht, dass das gelbe Haus wieder ist. Dann kann nur noch. Oh, start, 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 start. Lass zu den anderen, zu den anderen, zu den anderen. 2, 1. 1. Immer zusammenbleiben. Vertraut mir. Okay. Kann ich nicht verstecken. Da vorne kommen wir zusammen. Oh, hau, 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 hau. Da vorne auf den Berg. Gut Hit. Melli ist down. Fischkopf, Junge. Fischkopf ist run. Fischkopf kriegt keinen Hit ab. Boah, Fischkopf ist ungesiegbar oder so. Fischkopf ist ungesiegbar oder so. Die werden gleich überall rauskommen. Da sind ganz viele Leute. Schnell Druck machen. Hinter uns, hinter uns. Hinter uns. Fischkopf, tut mir leid. Hier ist einer bei uns. Einer macht Scheats. Weil wenn wir zusammenbleiben, dann können wir quasi die Hitten, die irgendwie mit 1, 2 HP überlebt haben, wisst ihr? Ja, wir kommen zu euch. Wir kommen zu euch. So, wir sind jetzt bei euch. Manchmal gehen die Schüsse auch gar nicht rein. Was ist das? Wo sind welche? Da, hier, hier, hier. Hier im Busch. Da geht kein Schuss rein. Ach, man kann zielen, okay. Oh mein Gott, hier sind so viele, Leute. Wie viele? Angriff. Ich kann nicht schießen, jetzt wieder. Ich kann auch nicht, jetzt auch. Oh mein Gott, jetzt kommen die Kids, Leute. Jetzt macht die Party Bock. Jetzt macht die Party endlich mal Bock, ey. Was war das davor? Jetzt geht die Party ab. Ab, 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 ab. Warte, warte, warte. LKW. Weiter geht's. Pass auf, nicht zum Baum, der brennt. LKW ist kaputt. In die andere Richtung, in die andere Richtung. Wenig Treibstoff, Treibstoff. Links, 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 links. Halt gut an, halt gut an. Nero, Nero, Nero. Willst du tanken? Ich stoppe dir. Ich mache so deinen Druck, okay? Let's go, let's go. Anvisieren, schießen. Nope, nope, nope. Warte, warte, ich schnapp noch mehr. Geh doch rein, ein Schuss. Ich bin doch voll drauf. Oh, wie lange hätte das dauert? Warte, abkühlen lassen. Wie lange? Boah, das ist toll. Regal, lass weiterfahren. Bist du ready? Ja, warte. Ich bin wieder bereit. Da oben, da oben, da oben. Du musst nicht mal so viel tanken, Hälfte reizt sogar schon. Bones. Okay, let's go. Abfahrt, bro, abfahrt, let's go. Da oben, da oben, da oben. Mach die Kanonik am Boden. Egal, schreiß auf die da oben. Da sind vielleicht zwei, drei Leute. Lass mich bei dem Fokus auf die anderen lehen. Okay, die haben mich sehr gut zu verstecken. Aber gut, jetzt hab ein. 70er. Da hinten im Feld, da hinten im Feld. Die sind hinterm Stein dort. Ey, wir packen hier. Lass lieber dort, wo die Menschenmasse ist. Wo ganz viele immer sind. Ja, wir kommen durch. Habt noch einen. Hier, hier, hier. Hast du den? Ich weiß nicht, ob wir hier schießen können. Überfahrt ihr alle, Junge. Kommt hier alle. Nein. Habt noch einen. War einfach gegen die Wand. Ab noch einen. Der hat einfach andere Spiegel, weil Wolfsburg hängst. Booth hits. Hab noch einen. Es gibt keinen Booth hits. Pass auf, die wollen uns rauspusten. Geh nach links, geh nicht zu nah am Rand. Ja, ja, ja. Tannenbaum hinter uns. Nein, schießen. So, jetzt wird hier full rasiert. Sehr gut hits. Guck mal, wie die weglaufen. Toll süß. Los, meine kleinen Mäuse, los weg, let's go. Oh mein Gott, die haben so gut hits. Wer wird gleich der letzte Überlebende bleiben, Leute? Ich kann nicht schießen. Kein guter Winkel. Die haben so viel HP. Oh mein Gott, sind wir alle getroffen. Warte, warte, ah scheiße. Die überleben alle. Warte, ich muss kurz aufsteigen, Bro. Sehr schön. Oh mein Gott. Nimm noch Loot und alles mit, Leute. Hier, hier, hier. Hallo. Oh mein Gott, ich überfahre grad alles. Ey, ich will wegziehen. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nice. Nice. Ich komm wieder rein. Ey, wir brauchen wenig, wir haben wenig Tastung. Ey, ey, das darfst du nicht, Kollege. Aussteigen. Aussteigen, danke. Fahr gleich irgendwo hin, wo keiner heißt. Danke schnell. Oh mein Gott, ich überfahre. Nein. Nein. Weil sonst kamen... Hier sind ganz viele Leute. Guck mal, wie die rennen. Die rennen um ihr Leben. Oh mein Gott. Busst uns wieder rein. Oh mein Gott, wir haben verkackt. Keanu, es kommt kurz raus. Ich heil uns. Alter, wie viele. Bleib in der Mitte. Vertrauen mir. Wir müssen uns gar nicht mehr bewegen. Bleib einfach in der Mitte. Ich bin... Ich bin wieder drin. Einfach in der Mitte bleiben. Ich bin auch wieder drin. Ey, das ist so krass, ne? Warte, warte, ich muss nachfahren. Gut, nichts. Die haben so viel HP einfach alle. Ja. Du. Warte, 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 warte. Oh, das war handy. Oh mein Gott, ich hab sehr viele Krawl. Ja, ja, was auch. Stalk. Pass auf. Oh mein Gott. Endlich. Oh mein Gott. Ey, das ist so krass. Das macht so Bock was. Wabababababababababababa. Es ist auch ein gutes Glück, auf wen halt gehen und wer überlebt, Leute. Es ist manchmal echt einfach, auch ein gutes Glück. Der arme Junge. Wir kleeren mal. In die Mitte, in die Mitte, Bro. Ja, 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 ja. Wir haben keinen Pfad mehr in die Kurs. Ich hab noch einen Benzinbehälter. Wollt ihr? Nein, der ist in der Kanone. Kannst du von der Kanone weggehen? Ehre. Ich tank, ich tank. Wird es irgendjemand schaffen, zu überleben, ist die Frage, Leute. Jetzt bin ich echt gespannt. Rein da, rein da, rein da. Ja, ja, ja. Oh, ich hab noch mitgenommen, ich hab noch viele mitgenommen. Wollt, 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 wollt. Zwei Popper, Digga. Rein, 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 es nimmt echt noch viele. Oha, voll drauf. Wollt, 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 wollt. Die heinen sich schon alle, die sind alle in der Zone. Die heinen sich. Hier liegt so viel Loot, ey, hier liegt so viel Loot. Die machen das schlau, die machen das schlau. Ey, schiebt das hoch. Sieben tot hoch. Was passiert dir? Ey, Jungs, das ist zu krank. Weiter geht's, Leute. Sechs Leute noch insgesamt. Vier, zwei müssen wir noch besiegen. Da hinten ist er. Einer nur noch. Einer nur noch. Guck mal, wie das aussieht mit dem Panzer. Ah, okay. Lass ihn einfach den letzten eine Chance geben. Nein, ich will noch. Nein. Oh mein Gott. Hier ist so viel Loot, Leute, das ist nicht normal. Oh mein Gott, hier ist so viel Loot. Oh mein Gott, wie viel Loot da liegt. Das ist krank. Das ist so krank. Ey, ich hätte einfach früher aus der Zone rausgehen sollen. Schade. Sollen wir das vielleicht nochmal machen, falls wir gewinnen sollten, oder was? Ne, ich glaub Foxy. Ne, ich glaub Foxy. Ich glaub Foxy, sag ich ehrlich. Ja, aber wir gewinnen noch ihr. Ich werd das nicht. Ich glaub nicht. Ihr werdet das nicht gewinnen. Foxy wird gewinnen. Fett nicht. Doch, wetten. Wenn Foxy wird das gewinnen. Ehrlich. Okay, Leute. Hier werden Ansan gedroppt. Hier werden Ansan gedroppt. Oh mein Gott. Hier ist so viel hier. Krank. Ey Foxy, brauchst du Fische, Bro. Auf. Oh mein Gott. Das wird noch spannend. Anscheinend soll das Foxy gewinnen, Leute. Da bin ich gespannt, ob er das wirklich gewinnen wird. Nein, nein. Hier. Ah, Metspray. Foxy ist genau neben uns. Ey, du musst noch Fisch zwischendurch essen, Foxy, ne? Ein Fisch. Was ist da los? Foxy brauchst du noch Fisch auf jeden Fall essen. Ja, nice. Hallo, Foxy. Willst du das gegen uns gewinnen, oder was? Foxy. Benutzt den Puls zwischenzeitlich. Foxy. Okay, ich hab die Strategie jetzt raus, Leute. Also, die Bubba-Strategie. Ja, ja. Die längste Runde, Freunde. Die längste Runde, die ihr jemals gesehen habt. Oh mein Gott. Okay, ne, wir hatten auch schon mal eine längere. Hallo, Foxy. Was geht, Foxy? Wie geht's dir, Foxy? Jan ist auch gut am Start, Leute. Alter. Ich geb nicht auf. Ich geb nicht auf. Ah, ich hab grad ein bisschen den Anfang verkackt. Ich hätte noch viel, viel länger überleben können. Bam. Alter, klar. Oh mein Gott, das ist ganz krank. So viel Loot hier, ja. So viel Loot hier, ja. Leute, wie lange überleben wir diese Scheiße? Oh mein Gott. Okay. Frieda macht gut gerade Welle, weil er halt für sein Team ist. Ist ja auch logisch, Leute. Aber wir werden trotzdem gewinnen. Wir werden noch ein Fisch kommen. Fisch, 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 fisch. Ey, da sind noch so viele Sprays hier. Kann man das nicht nehmen? Aber sicher, ha? Bro, ich sag's ehrlich, dir hat bloß gerade so viel eigentlich. Schon ein Game Changer. Glaubst du das? Glauben nicht. Alter, das ist so viel fehlt. Gerade auf diese andere Weise spannend. Leute, wer wird das gewinnen? Wer wird das gewinnen? Wer wird das gewinnen? Ey, dürfen wir Schock bei hinten benutzen? Klar. Ja. Aber... Na, ich komm da nicht hoch, Leute. Dürfen wir? Seid ihr sicher? Mach lieber dann nicht. Mach's spannend. Okay. Also, er darf uns attackieren, aber wir dürfen ihn nicht attackieren, würde ich sagen, oder? Scheiße, ich hab was Dummes riskiert. Oh mein Gott. Ey, Foxy, komm schon. Okay, GG. Ich bin, glaub ich, raus. Ich seh gar nichts mehr hier. Ja, ich bin raus. Ey, wie? Überall zum Mass Effect, Bro. Ja, ich benutze, aber die Zone macht zu viele Ticks. Achso. Ey, Foxy, komm schon, Bro. Komm mal kurz, wir bei Sue. Oh mein Gott, Foxy. Ey, Foxy, du hast mehr Fische, Bro. Du kannst ausspielen. Ey, Sue, das ist ja sehr knapp für dich, ne? Digga. Kannst du da, Foxy, Bro. Du brauchst Fische, Bro. Da, da, da! Oh mein Gott, sehr gut. Ah! Oh mein Gott! Ey, Sue hat noch drei Fische, Bro. Sue hat noch drei Fische, Bro. Du hast viel mehr, Bro. Du schaffst das. Foxy, Foxy, Foxy! Foxy, du gewinnt das. Foxy gewinnt das. Ich finde, keine Fische mehr. Ich finde, keine Fische mehr. Ich finde, einfach keine Fische mehr. Foxy, du hast mehr Fische. Einfach ruhig runterspielen. Er hat, er hat es geschafft, Leute. Sue hat noch ein Wrace man! I can have es sprained! Er hat es geschafft, Leute. Gott, das war's, er muss einen Fisch benutzen, er muss einen Fisch benutzen, das war's, Foxy, Foxy noch, oh mein Gott, du bist so slow, Foxy, das war's, noch paar Sekunden, paar Sekunden, komm, 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 er hat noch Spell gefunden, aber nur 35, ich hab's nicht mehr, ich hab keine Fische mehr, stark, Foxy, Foxy, hier nicht, Foxy, GG, Bro, GG an Foxy, Let's go, Freunde, Foxy ist der Sieger und hat damit die Panzer-Challenge ausführlich hier am Ende absolvieren können, Foxy ist der Sieger, Gott, ich hab's vom ganzen Herz hier, Freunde, let's go, droppt ein fettes GG rein für Foxy, geil, Mann, wie viele Fische hat er noch? Er hat sie jetzt noch, drei kleine, ach, drei kleine nur noch gehabt, aber er hat noch mehr Flopper als du, die ganze Zeit, okay, okay, nice, 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 haben wir, Leute, gut gemacht, Flopper, Mr. Foxy, lass einen Like da, wir sehen uns im nächsten Video, haut rein, peace.